Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Meat Boy, dem kleinen roten Fleischklumpen, den ihr hier sehen könnt. Und hier geht's gleich schon los mit der Gewaltenladung Action. Okay, hey Leute, wir gehen gleich in Level 2 rein und heute habe ich einen Gast dabei, den Tobi. Ja. Ja, sag mal was über dich. Ja, ich bin... ich stink'ne Scheiße, nee. Ja, der Tobi geht auf jeden Fall in meine Klasse. Ja. Und sitzt neben mir und hat mir heute einen ganzen Arm voll gekritzelt. Deine Erlaubnis, was machst du für eine Scheiße eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, warte. Ach, okay. Fail. Was mache ich? Wie muss ich da? Scheiße. Boah, bitt dich. Alter. Ja, was ist das eigentlich für eine Welt? Ja, das lässt einen so schweben, wenn man da so oben drauf hüpft. Okay. Und voll gegen die Kettensäge. Ja, wie gesagt, da hat mir heute einen Arm voll gekritzelt. Ich glaube, das blende ich sogar als Bild jetzt ein. Jetzt dann, warte. Ich sag dann, das ist dann nochmal explizit. So, da ist Bandage Girl. Keiner, bloß ist mir jetzt scheißegal. So, jetzt blende ich das erste Bild ein. Glück, glück. Und jetzt das zweite. Glück, glück. Und jetzt wieder das normale Super Meat Boy Bild. Glück, glück. Okay. Okay. Nächstes Level. Und nein, das Härtchen war nicht von ihm. Das muss ich dann im Nachhinein machen. Also, hoffentlich vergesse ich es nicht. So wie im anderen Part. Da habe ich gesagt, das schneide ich raus. Und dann war es drin. Mhm. Ja, genau. Heute ist Freitag. Ja, Freitag der 21. Bam. Ach, da ist ein Bandage. Lol. Ja. Alter, ich glaube, ich wäre zu dumm für das Spiel. Ja, glaube ich dir. Nee, das ist echt behindert. Ja, bist du. Viel zu hart. Viel zu, viel zu hardcore für so normale Menschen. Okay. Ist echt nur was für Hipster Boys. Das ganze Blut hier. Also, Kinder, falls ihr noch Jungs seid, spielt sowas nicht. Böse. Und was hast du heute für einen super Witz gebracht? Ähm, gar keinen. Doch. Dass du über Blut an den Wänden isst, weil... Weil es so ein Gleichstampen ist. Nein. Was? Nee, warte mal kurz. Komm gleich wieder. Ja. Der kommt gleich wieder auf den Dich. Oder auch nicht. Und ich verkacke. Ja, wie gesagt, diese radioaktiven Teile hier, oder was das auch immer ist, die drücken einen zur Seite, ebenso wie die Strahlen hier weggehen. Und dann kann man halt auch schweben und muss schauen, dass man da wieder perfekt reinkommt. Ist ein bisschen kompliziert. Ja, also ich bin immer wieder da, ne? Cool. Ja, meine Mama war es so schön. Ja. Mhm. Und hier fliegt, der fliegt. Sein Witz, oder hab ich den dann gesagt? Ach, weiß ich nicht auf jeden Fall. Dass da überall Blut an den Wänden isst von Super Meat Boy, weil er seit der Tage hat. Ja, den hast du gebracht. Scheiße. Ja, der war so schlecht, das hätte ich mir eigentlich davor schon denken müssen. Habe ich eigentlich jemals einen guten Witz gebracht? Nee. Alter, ist so knapp. Ja. Ja. Uah. Ich schiebe mir richtig mit bei dem Spiel. Ja, richtig heftig. Besser als Fußball. A+. Wow, wer ist der Pro, hm? Ich nicht. Äh. Scheiße. Klatsch, oh man. Ich denke mal, da muss man so in den Strahl reinhüpfen und der... Ja, genau so. Mhm. Mhm. Schlimme Sache. Oh, wie skilig. Nein! Oh. Das war's dann wohl. Ja, ist aber geil aus. Schon, ne? Das ist eigentlich irgendein genverändertes Gammelfleisch, was das ist. Äh, nein. Nicht, dass ich wüsste. Oh, scheiße. Mein Handy ist, glaube ich, gerade übelst laut in der Aufnahme. Ich kann's nicht hören. Oder ist das dein Handy? Ha. Nee. Also, du hast es nicht gehört? Nee. Ja, gut, weil dann wird's Mikro auch nicht aufgenommen. Oder es kommt von dir. Mhm. Doch, so Handy-Stör-Geräusche. Das könnte von meinem Serien-Log sein. Egal. Das ist... Ach so, ja, du kannst einfach raufstehen. Du hörst mich noch. Natürlich. Okay. Gut, ansonsten will ich jetzt auch mal gerne das Level schaffen. Aber ab der Welt ist es echt eklig. Da braucht man schon so um die 50 Versuche. Ja, sieht schon heftig schwierig aus. Wenn ich die fresse. Nee, ich mein's ernst. Ja, bei dir weiß man das immer nicht. Ich bin doch ganz brav. Okay, bist du jetzt schwul? Hm. Oh. Nein. Ach, komm, ey. Das gibt's nicht. Alter, bei mir kommt das alles übelst verzögert an. Ja, das glaub ich dir. Weil davor hat das auch schon immer nicht übelangestellt. Egal. Da musst du halt schon hell sehen. Mhm. Nein. Ach komm schon, ist das eklig. So, Konzentration. Mehr Energie. Schneller. Wow, sind wir schnell. Cool. Heftig. Ohne Witze. Ja. Zack. Oh, keiner hat mich jetzt gewundert. Leucht. Ah ja, das Level ist cool. Da muss man immer so Knöpfe abdrücken. Dann geht die nächste Wand auf. Da war ein Bandage. Egal. Okay. Machst du eigentlich, hast du auch immer vor, ähm, so Happy Wheels, Let's Play machen? Nein, ich glaub, das wird dann eher ein anderer machen. Okay. Aber vielleicht kommt schon, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wie schon ungefähr 13.000 Mal angekündigt, Portal 2. Naja. Jetzt dann am Samstag oder Sonntag oder am Montag oder am Dienstag. Mhm. Ja, aber Happy Wheels macht ja jetzt momentan wieder. Ja, ich weiß schon. Ich kann das Spiel aber schon, bevor es so einen übelsten Hypot hat. Naja. Oh Mann, wie dumm bin ich denn? Bin ich schon so gut? Und dann mach ich so einen Scheiß hier. Das gibt's doch nicht. Bei mir bist du voll eben erst verreckt. Jetzt. Das hab ich geschafft. Ha. Oh, da ist ein Knopf. Hä? Was bringt der denn? So ein behinderter Knopf. Das müsste doch auch gehen. Ja, geht auch. Ah, ich hab das Spiel gefaked, alter. Nee, nicht gefaked, ausgedrickst. Was heißt ausgedrickst auf Englisch? Was weiß ich. Einfach gefuckt. Mhm. Ich glaub, so ist es doch leichter. Wie behindert bin ich denn? So, jetzt. Oh. Ich hab halt nicht den Style unterscaled. Ja. Oh, was war das schon wieder? Nicht zu doof in das Spiel. Ich lass dir halt mal ein bisschen mehr Zeit. Nein. Ich bin ablos schaffen. Ich hab's geschafft. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, okay. Was macht der denn? Das ist eine Wapsone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was brauchst du die Schlüssel? Ach, da war eine Wapsone. Die hab ich doch. Oh, die hat sich weggezaubert. Und die Wapsone sind ja immer nur eine bestimmte Zeit lang erreichbar. Mhm. Ja, lach mich nicht aus. Ich lach dich nicht aus. Nicht? Vielleicht nicht. Soll ich? Ja. Okay. Haha. Oh. Guck wie fies der ist. Jetzt ist die schon wieder weg. Na gut. Ihr solltet mich alle haten. Huhahaha. Ich bin viel zu hart für diese Welt. Wie heißt du denn auf YouTube? Hast du überhaupt einen YouTube-Gener? Ja. Multi-Epic-Ruffle-Killer. Das ist bestimmt 13 Milliarden Abonnenten. Ähm, nein. Ich hab nicht mein Video. Jetzt, jetzt schaff ich das. Jetzt ist die schon wieder weg. Ich fühl mich grad voll gemobbt. Ja, das tust du. Mhm. Fällt dir sonst noch was Lustiges ein? Nein. Okay. Mehr auch nicht. Cool. Wie, Mr. Ähm. Mr. Ja. Mehr weiß ich nicht mehr. Cool. Hä, was muss ich hier machen? Ach, da ist ein Knopf. Ja, wie gemein. Du musst den Schlüssel in der Luft fangen, um das Level zu schaffen. Und wenn er runterfällt, hast du verloren. Nein, verarschen. Kommt da noch einer? Nee, schade. Ach, nee, da ist ja nicht der Knopf. Boah, wie knapp. Das Level ist doch behindert. Im Kopf. Das Level mobbt nicht. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Jetzt nur noch wieder zurückrennen. Nein. Scheiße. Tobi? Tobi? Oh, ja, er ist weg. Ich verlinke auf jeden Fall seinen Kanal da mal in der Videobeschreibung. Ja, warte. Ja, ich muss dann gleich aufwören. Ja, ich... Der Part ist, glaube ich, jetzt dann eh lang genug. Warte. Ja. Du fällst zu oft. Hast du ihn jetzt gerade in der Luft gefangen? Ja, habe ich. Jetzt schon wieder. Und jetzt muss ich nur noch zurückrennen. Und dann beende ich den Part. Och, ich schaffe das. Und... Bam, in Ablust. Ha. Du Hörter. Dann was ist für heute? Ja, sieh, sieh. Lol. Und... Wir sagen doch mal, schöner. Ja, tschüss.